Hallo meine Lieben! Heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar seht ihr es hier unten schon. Unser neues Baby ist da. Der Felix ist auch da. Muss Hallo sagen. Hallo. Die Mädels ist auch hier. Das ist hier im Maxikosi. Schön mit einem Kleidchen eingepackt. Und guckt ihr zu, wenn wir den kleinen Bruder auspacken. Der ist nämlich hier drin. Und das ist voll schwer. Wir werden das jetzt auf jeden Fall auspacken. Wir haben hier schon ein Mess-Up dabei. Und, äh, willst du noch mal sagen? Nur als kleine Info. Dieses Video ist jetzt das erste Mal, dass wir währenddessen gleichzeitig live sind. Also wir sind über Instagram gleichzeitig live. Deswegen vielleicht auch mal nicht verwundert sein, dass wir mal da unten hingucken. Und ich bitte euch da unten jetzt, sobald ihr das Baby sieht, einmal alle auf das Herz zu drücken. Das würde uns sehr freuen. Ja, meine Lieben. Also ich würde sagen, wir legen los. Das Problem ist einfach, dass man das nur einmal machen kann. Einmal machen. Einmal kann man das nur machen. Total, also... Weißt du, wenn ich mir irgendwas falsch mache, das ist einfach voll raus. Ich war, glaube ich, noch nie so aufgeregt bei einem Box-Opening. Ich, äh... Bei Mail war das so, ich habe sie, äh, erstmal eine Stunde, glaube ich, stehen lassen im Karton. Weil ich einfach nicht, äh, die Motivation hatte, sie auszupacken. Und bei ihm ist es einfach so, ich will ihn einfach sofort anfassen. Aber ich habe noch nie... Das größte Problem ist, glaube ich, für mich gerade, dass Felix dabei ist. Weil ich kenne das nicht. Er war noch nie bei einem Box-Opening dabei. Und, äh, deswegen... Weiß ich nicht, das ist komisch auf jeden Fall. So. Oh mein Gott! Guck mal, wie sieht der was? Oh mein Gott! Ich sehe nur ein kleines Teil und flipp schon völlig aus. Also ich zeige euch das mal. Schaut mal. Ist auf jeden Fall sehr schön verpackt. Schaut mal. Sieht ihr? Es schimmert blau. Machen wir weiter hier. Oh Gott! Kannst du die Kamera bitte... Gott, wir haben ein kleines Setup-Problem hier. So, also, mein Lieben. Es geht weiter. Wir haben die Kamera gar mal verrückt, dass ihr ein bisschen mehr seht. Schaut mal. So sieht das Ganze aus. Also ich habe schon mal einen Brief entdeckt. Hier oben. Schaut mal da. Hier ist sein, äh, Teddybär. Und es riecht so gut. Riecht meist richtig vorne auf Bibi. Oh ja. Oh, wunderschön. Also hier ist sein Teddybär. Sein Löwe. Der hat das schon von Anfang an auf den Fotos immer dabei gehabt. Hier ist ein Brief und hier unten ist er schon drinnen. Also er ist in so einer richtig coolen Kuscheldecke eingepackt. Total süß. Seht ihr das alle? So. Also Verpackungsmaterial, ne? Kennen wir ja schon. Haben wir schon ganz viel davon. So. Womit fangen wir an? Ich sehe schon mal das Geschenk. Das Geschenk zum Schluss, würde ich sagen. Zum Schluss? Das Bibi kommt zum Schluss. Ja, aber okay, das vorletzte. Also sie hat gesagt, sie hat eine Überraschung eingepackt. Und das wird wohl das hier sein. Ich weiß es nicht genau. Schaut mal. Ähm. Oh! Wir haben noch ein paar geschenkt. Oh, das ist cool für die Haare. Wir haben immer so ein Spray für die Haare. Damit kann man die Reborn Haare total gut stylen. Und er hat eine richtig coole Frisur. Also so ein... Ne? 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 Nein. Ach ja, ist einfach was zu kämmen. So. Dann haben wir den Brief. Tada! Da ist glaube ich so ein Zertifikat drin ne. Schauen wir mal. Ja! Da ist mein Zertifikat drin. Tadadaaaaa! Seht ihr das? Also das ist die Second Edition... Also die Zweite- ... von Levi ... Weil von Levi gab es ja eine Erste Edition, aber jetzt gibt es eine Zweite und er auch in der zweiten Edition. Und da ist noch was drin ne? Wirst du was zu packen? Ja dann vorsichtig sein. So und... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Guck mal, sie hat einfach Fotos ausgedrückt von ihm! Oh mein Gott! Schau mal! Deswegen braucht sie den Namen! Okay, meine Lieben, wir dürfen euch das hier leider nicht zeigen und das eigentlich auch nicht. Also doch, das dürft ihr sehen, aber das hier dürft ihr nicht sehen, weil das ist der Name drauf. Aber es ist unglaublich süß, was sie gemacht hat. Ich bin ihr so dankbar gerade. Ich muss ihr gleich auf jeden Fall nochmal Danke sagen. Also hier ist ein Bild dabei. Ist jetzt so ein Bild ausgedrückt und da seht ihr ihn auch schon. Und hier steht halt drauf, das muss Liebe sein. Total süß. Also auch total gute Qualität irgendwie, ne? Total, total schön. Und das hier dürft ihr leider nicht sehen. Da ist ein... Also da ist auch er drauf. Das kann ich euch zeigen, aber da steht sein Name drauf. Weil äh... Ah, guck mal, ihr wissen auch, wie schwer er jetzt ist. Wow, krass. Also hier stehen seine Geburtsdaten drauf. Das zeige ich euch gleich, aber erst mal, wie ich euch das Bild zeige. Schaut mal, da ist er mit seinem Löwe. Den hab ich ja gesagt. Schaut mal. Und ich zeige euch das jetzt mal so, dass ihr den Namen nicht seht. Also der Name steht ganz oben. Und hier seht ihr das? Oh mein Gott. Also er wiegt 2.180 Gramm. Ist 48 cm groß. Ist am 5.10.2017 geboren. Und die Rebornerin weiß ich nicht, ob ich die sagen darf. Deswegen sage ich den nicht. So, hier ist Verpackungsmaterial, glaub ich, ne? Ja. Nicht zu wildes drin. Und dann haben wir hier den Löwen. Den hat er wie gesagt von Anfang an dabei. Also auf jedem Foto, was ich bekommen habe, war der dabei. Total süß. Jetzt machen wir auch mal hier unten hin. Und da kommt noch das Baby. Ein lädes Geschenk, muss man den auspacken. Oh Gott, der ist voll schwer, Alter. Das ist nie im Leben 2 Kilo. Da ist er drinne. Also er hat so eine richtig coole Decke. Seht ihr das? Richtig coole Decke. Und hier ist so Schleifenband mit Sternchen. Total schön. Okay, passt perfekt rein. So. Jetzt packen wir aber erst mal das Geschenk hier aus. Das haben wir ja ganz am Anfang bekommen. Also gerade eben ganz am Anfang ausgepackt. Das werden wir jetzt mal auspacken. So, jetzt kann ich so ein Schlimmädter legen. So cool. Ich muss mal erst doppelt zeigen. So. Oh nein. Oh Gott, wie süß. Schaut mal raus. Schaut mal, ein kleines Paket. Eine Schnullerkette. Schaut mal, eine Schnullerkette. Sehr schön. Also ich will ja auf jeden Fall noch einen mit seinem Namen machen lassen. Aber das ist auch total schön. Ups. Auch als Erinnerung, dass die einfach dabei waren. Total schön. Ich pack sie gleich nochmal aus. Wartet. Aber wir haben hier noch mehr. Wir haben so ein kleines Paket. Einmal ein Letzchen. So einen kleinen Roboter drauf. ist total süß. Voll weich. So, dann haben wir kleine süße Schuuuuchen. Also eher so Socken mit so kleinen Teddybären. Schaut mal. Ganz süß. Und dann haben wir noch eine Windel. Eine Windelgröße 2 schon. Wow. Aber jetzt gucken wir noch mal nach der Schulterkette. Das kenne ich auch. Du sitzt hier einfach nur. Bist du gar nicht neugierig? Aber ich gucke spannend. Also ich weiß auch schon was für einen Schnuller er hat. Den werden wir gleich hier ran machen, weil er halt noch keine Schnullerkette hat. Also hier ist die Schnullerkette. Hier steht Wunschkind drauf. Seht ihr das? Seht gar nicht so gut ne? Also steht auf jeden Fall Wunschkind. Und dann haben wir das hier so. Und hier ist so ein Bagger. Das seht ihr bestimmt. Das ist total cool. Auch ganz kurz und voll schlicht. Finde ich sehr schön. Das hier noch am Rand stellen alles. So ist das Zertifikat? Gut. Das ist ganz wichtig. Mhm. Oh ich bin so aufgeregt. So und jetzt mein Lieben gehts ans Baby. Ich würde mal sagen, wir machen hier mal Platz und dann können wir ihn mal auf dem Boden... Ne, wir können ihn... Vergiss nicht, im Instagram dürfen Sie ihn noch nicht sehen. Oh stimmt. Drehst du den Karton mal um, dann können wir ihn auf den Karton rumpacken. Ich drehe ihn besser. Sooo... Er fühlt sich nicht an wie ein Levi, muss ich sagen. Also... Es fühlt sich nicht an wie ein Levi-Bibi. Außer die Füße, die merkt man schon extrem. So meine Lieben. Also ähm... Er liegt jetzt hier oben. Und wir packen ihn jetzt aus. Er hat total die süße Decke. Es ist nämlich so ein kleiner Hase hier oben an seinem Kopf. Total süß. auch total liebevoll eingepackt. Aber er ist so unglaublich schwer. Es ist wirklich... Nehm ihn mal hoch. Er ist so unglaublich schwer. Das ist nie im Leben zwei Kilo. Oh ja doch. Der wirkt doch mehr als Mel. Ja, der wirkt viel mehr als Mel. Da ist noch Gewicht drin. Alter, Mel ist so irre, die Leicht dagegen. Krass. Du wiegst die kleine Mausi. Schau mal. Du wärst ein Supervater. Jetzt hier warte, gib mal das Baby wieder her. Ich weiß wie schwer er ist. Ja, aber Mel ist viel viel leichter. Und die wiegt auch schon über... Die wiegt mehr als er eigentlich. Eingetragen wiegt er ein bisschen mehr. Aber gut. Also, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich bin so aufgeregt. Ich würde das am liebsten niemals machen hier. Aber das muss man machen. Tadaa. Aber das ist doof. Jetzt... Wir machen das hier oben wieder zu, weil sonst kommt der Kopf gleich raus. Wenn wir das hier nämlich lösen, dann ist der Kopf gleich weg. Äh. Frei. Dann sieht man den Kopf direkt. Fangen wir hier unten nämlich an. So. Jetzt mal. Oh ich so. Schauen wir mal. Ich will natürlich auch gucken. Oh, er hat den Strambler an. Den ich kenne. Auch die Decke ist so schön. Oh Gott. Ist die schön. Schaut mal wie süß die ist. Oh, er hat keine Socken an. Schaut mal. Oh, er fühlt sich voll echt an. Ja. Voll rau und so. Musst du mal gucken. Oh ja doch. Krass. Warte, ich zeig euch das mal. Schaut mal. Es wird auf jeden Fall ein Detailvideo kommen, weil jetzt kann man das gar nicht zeigen, was der für eine Färbung hat. Oh Gott. Tada. Schon ganz kleine Füße, Alter. Krass. Süß. So. Ich muss ja irgendwie... Wie soll ich ihn jetzt auspacken hier? So. Oh, guck mal. Der Babyhunt. Was ist der hier? Achso. Wow. Guck mal wie klein. Also hier ist seine eine Hand, aber sieht man nicht so gut. Also hier sieht sie nicht so gut. Da. Aber wir zeigen jetzt hier mal seinen Strambler aus, weil wir gleich mal hier seine andere Hand finden. Oh, guck mal da. Da ist seine andere Babyhunt. Tada. So, jetzt fangen wir erst mal. Er hat so Babyfüße. Ich finde die Babyfüße so toll. Die sind so zusammen so wie so kleine. Die Füßnägel sind so neutral. Das finde ich gut. Nicht so extrem. Einfach wie so Babyfußnägel. So. Tada. Oh, wie süß. Der sieht einfach so echt aus. Guck dir mal die Füße an. Die Färbung an. Das ist so krass. Also ihr seht das gar nicht in dem Video jetzt wegen dem Licht. Aber das ist so krass wie echt das aussieht. Das sah auf den Fotos wirklich nicht so aus. Aber hier ist ja nicht mehr so rau wie an den Füßen. Und die Füßen hat sie glaube ich mehr Farbe gemacht, damit das echt aussieht. Das ist nicht so rau. So. Ja. Schaut mal. So. Dann. Pack mal weiter aus. Add ein Body an. Einen blauen. Süß. So mein Lieben. Das Instagram Live Video ist beendet. Und wir packen jetzt weiter aus. Aber jetzt geht es sozusagen ins Eingemachte. Genau. Also wir fangen jetzt langsam an seinen Kopf zu zeigen. Und versuch mal hier irgendwie ihn auszunehmen. Oh Gott. Jetzt hab ich Angst, dass hier sein Kopf gleich... So. Guck mal, dass hier auch schon... Oh, das ist schon drauf sein Kopf. Nein. Ich will das nicht. Also. Können wir ihn nochmal sehen. Schaut mal. Oh Gott. Packen wir ihn wieder ein. So. Dann seht ihr ihn. So. Ich glaube, sein Body müssen wir jetzt nicht ausziehen. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit für den Kopf? Ich will sagen, ich mache jetzt einmal die Schleife ab. Er fällt schon fast auseinander hier. Weil ich jetzt gerade alles durcheinander gezogen habe. Aber so schön eingepackt, ne? Er wäre aber nicht so schön eingepackt. Hallo, Baby! Er hat noch was auf dem Kopf drauf. Oh, seine Haare. Seine Haare. So. Ach, ich bin aufgeregt. Ich will das nicht. Tada. Bist du bereit? Willst du das nicht erst runter wegziehen? Ist einmal rum, ne? Ich glaube, es ist einmal rum. Er hat einmal auf dem Kopf noch was. Seid ihr bereit, meine Lieben? Ich setze ihn jetzt hier hin und dann machen wir das ab. Oh, seine Haare. Oh, die sind so weich. Oh mein Gott. Fass ihn mal an. Fass ihn mal an. Oh ja. Die sind noch weicher als Jadens. Und Jaden waren schon richtig extrem. Also ich graue gerade seine Haare übrigens. So, seid ihr bereit? Dum 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 dum. Tadaa. Ja, der sieht nicht aus wie ein Baby grad übrigens. Äh, irgendwie. So, packen wir das hier mal langsam. Dum 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 dum. So. Erst einmal den Schnulli. Äh, äh, Alter hat der einen starken Magneten. Wow. Das ist ein Schnulli. Der ist so mintgrün. Das passt halt perfekt hierzu, hat sie gesagt. Und ich habe mir den ausgesucht. Toll süß. Und ein sehr starker Magnet, muss ich sagen. Oh, du bist so hübsch, Baby. Ich habe die noch gar nicht gesehen. Hallo, Summer. Guck mal, die Haare wüsstest. Ne, die ist da hinten rechts. Oh, hallo, Bibi. Kann man auch? Ja, ja, kannst du auch hin. Schaut mal. Oh, ist ja nicht süß. Hallo. Ich will nur mal seine Haare stylen. Die vorne gehören so. Hinten so. So. Tadaaa. Das Hauptmeister hat ja voll die coole Visur. Oh, sieht so echt aus am Rand auf den Haaren. Aber ist nicht vergleichbar mit den Fotos. Schaut mal den roten Fleck hier oben. Oh Gott. Den roten Fleck wollte ich extra so haben. Voll süß. Oder, mein Lieben, ist er nicht voll süß? Könnte nochmal ganz auspacken. Ja? Ja. Hast du mich so begeistert? Doch, alles gut. Ich würde ihn nicht dazwischen drehen. Nee. Hier ist mein Schulter wieder. Oh, das Baby. So. Das geht gar nicht. Ich möchte ihn jetzt ausziehen. Oh, den hat er ja auch umarmen auf den Fotos. Hm. So. Ist er die Frisur wieder zu stellen? Ja. Er ist so klein. So is mine. Aber er ist so klein. Amel ist genauso groß, aber Amel wirkt irgendwie größer. Ein neues Baby. Oh, er steht hier. Das ist gut. So mein Lieben, wir sind fertig mit dem schönen kleinen Books Opening. Baby ist gerade bei Felix Kuschel. Ähm. Ja. Ich würde sagen, das war's vom Video. Jetzt kommen natürlich ganz viele Videos mit ihm. Und er wird auch in Eschwege dabei sein. Da freuen wir uns auch riesig auf euch, wenn ihr dabei seid. Kuscheln ist gerne erlaubt. Wir bitten drum, dass ihr mit meinen Babys kuschelt. Und dann hoffe ich euch hat das Video gefallen. Ich, äh, war sehr aufgeregt. Und jetzt verbringen wir gleich mal ein bisschen Zeit mit unserem Baby. Ja, muss ich ihn gleich mal ein bisschen kennenlernen. Ja, ähm, ich hoffe es hat euch gefallen. Ihr hattet viel Spaß dabei und wart auch so aufgeregt wie ich vielleicht. Und dann würden wir uns verabschieden und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.